Götter Zertifikat B1 Prüfung Sprechen Thema Brauchen Kinder Kochunterricht? Das Thema meiner Präsentation ist Brauchen Kinder Kochunterricht? Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Wir kochen grundsätzlich immer selber und achten dabei auch darauf, ob es gesund ist. Als ich Kind war, habe ich ein bisschen gekocht. Wenn meine Mutter gekocht hat, habe ich ihr geholfen und dabei einfach etwas gelernt. Und ich bin dankbar dafür. Kinder bleiben manchmal allein zu Hause, weil heutzutage Eltern sehr beschäftigt sind. Wenn die Eltern keine Zeit haben, für ihre Kinder zu kochen, dann können Kinder selbst kochen. Viele Kinder in meinem Heimatland kochen können, besonders Mädchen, weil bei uns Kochen sowie Kinderbetreuung und Haushalt ein Frauenarbeit ist. Auch wenn Kinder allein zu Hause bleiben, werden sie nicht hungern. Aber wir lernen unsere Kinder das Kochen in der Schule nicht. Die Situation in Deutschland ist ein bisschen anders als in meinem Heimatland. Hier sind Kochkursse sehr beliebt. Eine Bekannte von mir wuchs bei der alleinerziehenden, berufstätigen Mutter auf. In der Schule lernte sie Suppe kochen und kochte das auch zu Hause. Die Mutter war dankbar und aß die Suppe. Sie hat auch ein Plakat vorbereitet mit den Rezepten. Wochenlang jeden Tag etwas Neues. Echt cool. So bekam die Tochter Spaß am Kochen und begann mit der Zeit auch selbst was auszuprobieren. Am Anfang stand aber der Kochunterricht. In diesem Thema gibt es ein paar Nachteile und auch Vorteile. Ein Vorteil ist, Kinder können mit Kochkenntnisse selbstständig werden. Kinder lernen, was Verantwortung und Pflichtbewusstsein bedeuten. Das Selbstwertgefühl profitiert ebenfalls davon, wenn sie etwas Nützliches beitragen können und sich die Eltern darüber freuen. Sobald sie zusammen mit ihrem Kind Überlegungen anstellen, was sie kochen, können sie es über den Wert verschiedener Lebensmittel aufklären. Sie erhalten Gelegenheit zu erläutern, warum zu viel Zucker ungesund ist und welchen Vorteil frisches Lebensmittel haben. Es gibt auch Nachteile. Kochunterricht ist nicht billig. Sie benötigen viele Zutaten und Geschirr, die teuer sind. Außerdem könnte Kochunterricht gefährlich für die Kinder sein. Messer sind scharf, die Haltplatte sind heiß, aber so erhalten sie Gelegenheit, Achtsamkeit zu entwickeln, um später ohne Risiko mit scharfem Besteck zu hantieren. Zusammenfassend wollte ich sagen, dass Kinder nicht unbedingt ins Kochunterricht gehen sollen. Eigentlich denke ich, dass man Dinge wie Kochen, Nähen, Stricken, Computer benutzen, zu Hause bei Mama und Papa spielen lernen kann. Ich weiß auch, dass es mengeweise Familien gibt, in denen Kochen, Handarbeiten nicht zum Alltag gehört. Schwere Frage, naja. Dann es wäre besser, wenn Kinder im Kochunterricht lernen können, weil das eigentlich Grundkenntnisse des Lebens ist. Das gehört zum täglichen Leben. Jetzt möchte ich Schluss machen und mich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir finden uns im Hochzeit. Dann schlue die Aufmerksamkeit. Wir fangen mit Wurzeln, sondern wir wollen die Wirken. Wir machen die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.